Das Mirama Resort Tabaheiz Ex-Hüad liegt in Tabaheiz in Scharmel-Schaik-Sinai. Die meisten Gäste des Mirama Resort Tabaheiz Ex-Hüad würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 66%. 122 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Mit 5,3 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,9 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Service. 4,5 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnil, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,5 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,2 von 6 Sonnen als gut bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.